Warum ist ein gutes Werkzeug wichtig? Nur aus einem guten Werkzeug können gute Teile gefertigt werden. Der Werkzeugbau ist eine besondere Stärke von Formex. Dadurch sind die Zeiten und Wege sehr kurz für Reparaturen, Änderungen. Wir können schnell reagieren. Der Werkzeugbau arbeitet natürlich sehr eng mit dem Konstruktionsbüro zusammen, aber auch mit der Produktion in Hinsicht auf Reparaturen, Verbesserungsvorschläge. Beim Bau eines Spritzkusswerkzeuges ist die Erfahrung unersetzlich. Man kann da noch so ein gutes Teil konstruiert haben. Wie sich der Kunststoff im Werkzeug verhält, ist sehr schwer vorhersehbar. Und nur ein erfahrener Konstrukteur kann dieses bei der Konstruktion berücksichtigen. Wir in der Konstruktion müssen schon viel von Kunststoff verstehen, Schrumpfverhalten, Verhalten bei Temperaturschwankungen etc. Als Werkzeugmacher muss ich präzise, genau arbeiten, handwerkliches Geschick mitbringen und natürlich hochmoderne, computergesteuerte Maschinen bedienen können, sowohl als auch die alten konventionellen Maschinen. Wir haben im Einsatz hochfeste Aluminiumtypen, die speziell für den Werkzeugbau gefertigt werden. Wir haben im Einsatz Berylliumkupfer, wir haben Bronze im Einsatz, dann haben wir hochfeste Stähle, hochligierte Stähle im Einsatz. Um die Metalle zu verarbeiten, brauchen wir CNC-Fräsmaschinen, Drahterodiermaschinen, Flächenschleifmaschinen, Ständerbohrmaschinen, Drehbänke. Wir haben also Mikropräzisionswerkzeuge gemacht, die Teile bis 0,3 Gramm spritzen und gehen nach oben bis 16 Tonnen. Formex, wir können das!